Hallo und herzlich willkommen zu so einer weiteren Folge GTA 4, nachdem wir in den letzten Part... Hm, okay. Irgendetwas stimmt wohl nicht. Ne, weid. Schrottkarriere. So, wir haben aktuell nur die beiden Fragezeichen. Deswegen war ich grad ein bisschen doof. War mir erst zum ersten, was wir bekommen haben von Francis. Oh, das habe ich schon gesagt, wer das ist. Oops. Äh. Make sense. Mist, wat? Ja, war wohl. Oh. Entschuldigung. Du bist voll reingerannt. Ich hab' nicht mal leistensplay. Ja, fuck off. So. Erledigt. Kopf und los. So. Ich würde sagen, ich muss auch mal ein paar neue Klamotten anzuholen. Schönen wir uns mal. Hier ist übrigens das andere Superstar Kaffee. Na, Playboy. Ja. Niko. Tell me you want you to shut up the strip club in Wuhan. You asked me to help out Twain. That's what I was doing. Don't help him out when it fucks up my business in you. Damn son. That ain't cool. Oh, nicht mein Problem. Gucken, ob wir trainern anrufen können. Komm her? Ja. Okay, na. Hallo. Komm, muss man sagen. Oh, sieht schon gut aus. Where my partner is. du gehörer das video suits you noch keine fähigkeit mal bitte mhm an dieser können wir auch gar nicht anziehen da hinten die haben wir glaube ich noch nicht geholt haben wir noch nicht die diese teuren anzüge ganz hinten versteckt und ja komm ich weh doch nur jetzt auch hier drei Hosen kaufen was eigentlich mit dem Typ nahe eingang gerade passiert so jetzt auch Schuhe er hat mir viel Kohle ausgegeben ja komm los ja komm los ja die Bischeparschen schon näher ne wir holen jetzt noch ein paar wenn man nicht immer das neue auswählen müsste das hat das mag ich an GTA 5 ehrlich gesagt mehr ich guck mal ganz kurz nach was Jimmy jetzt schon wieder von mir will ok ich bin später drum meine Güte kann man hier nicht mal 10 Minuten seine Ruhe so ähm ja ja gibt's ja keine Kasse oder so ne ne gibt's nicht gibt's nicht so jetzt kann man noch ein Ferrari sind Turismo so wenn der Annahme darüber aufhören so naja gut naja jedenfalls fahren wir zu Francis äh zur Frage zeige ich unten an den Docks meine ich ähm oder wir machen direkt hier bei dem über paper wenn wir schon mal hier sind müssen wir nicht so weit fahren gerade ich hab schon auch das gespoilert was das ist ne haha ach egal mach mal hier wang ist wang ist wang 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 Aber ich verstehe nicht, wie Sie wissen, was ich zu denken. Du hast Menschen getötet. Du solltest du selbst sterben sein. Oder in der Mitte. Du bist nur Glück, dass es mir und nicht jemand anderes, der sich in dich hat. Ich bin sorry, dass ich mit dir liebte. Und, in ein paar Weise, du bist ein guter Mann. Das ist besser als die Verrückte, die ich normalerweise date. Aber du bist verletzt. Keine Werte. Gehen wir. In hier. Salute? Eat my ass, buddy. I'm up for the promotion. And you're not. What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you war for the government. I kind of like the honesty in there. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here. Office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy. If you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Belick. Quite a file. Quite a story. Who are you? The F.I.B.? The F.I.B.? Do I look homosexual? Do you think I care about the size of your Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy. But I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Olag Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the F.I.B. An organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. And hey. Welcome to America. Pascal Astara Dejava. Bushka. Tja, der UL Paper Guy scheint wohl auch in Serbe zu sein, wa? Man weiß glaube ich gar nicht so einen echten Namen, also ich weiß es zumindest nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir jetzt noch Broker wieder müssen. Quasi, gar näher von unserer alten Brude. Außer hat fast verpasst. Oh, der hat gerade schon. Habt ihr gehört. Ich wollte gerade nicht beschleunigen. Nee. So rüber und so, Kinder, überholt man Leute. Erfolgt nicht garantiert. Scheiße. Hallo, lieber zu Hause. Genau so macht man die Tür auf. Alles klar. Kann man eigentlich schon selber denken? Na. Das geht leider nicht schade. Warte viel mehr. Nee. Okay. Das kann man von seinem Profil hier leider nicht schade. Mehr checken. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Das ist ein E-mail. Ja, wir wissen ja, durch GTA V quasi, dass das UA-Paper für das IAA arbeitet. Das FBI heißt er hier. FIB. FIB. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Was, wennOS. Oleg, du mich nervösst. Ich dachte, dass das eine Person? Versch... All das. Er hat mich erwartet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ich habe erledigt auch der namen erkannt hat die nehmen wir noch mal mit ich kann noch ein counter ok das war ich ja eigentlich gar das ist unschall ich bin ich komplett verwirrt warte mal vorne wollte ich eigentlich die brücke wieder hochfahren merke ich hätte es doch gar nicht die auffahrt man ist einfach verschütten von der karte ist der wir da wirst du mich verarschen ja auch da jetzt bleibt er auch da wahrscheinlich über den angriff war nach oder so hallo mein freund ja auch immer du bist kamerad excuse me didn't i see you at kamerad's pal when that bar mickey's place i'm sure you was one of those coming bastards used to come in there i remember you yes you were the drunk guy who fell over that's about right i was a mess a mess but i'm all sorted out now i'm over that shit good for you yeah yes sorry i'm a new man not dependent on anything no more drink no drugs even gave up hookers everything cool why are you telling me this it's good for chanel cool i'm positive person now positive i'm through with problems now they are just opportunities well good luck with your opportunities i've got to go oh no wait 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 i know this is a lot to ask but i was wondering i owe a guy some money for my drinking days and he's kind of angry i don't think you could come along and keep him cool i'm going to pay him back please okay 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 so okay start ihr es gleich erkannt das ist der type you'd be amazed you'd be amazed by the things i've been doing since i cleaned up i'm waking up before dawn for christ's sake obviously the dts hit me pretty hard when i first got sober i bet they did shit i couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself and you should have seen the can after i was done with oh like the fucking sprinkler had gone off try now though try as a bone this is where they should be can you clear things up with him don't worry i'll make sure everything's cool we're here to pay back the money my friend here old you he doesn't want no trouble you think money's gonna do it do you mel can't you remember coming over to my place throwing the tv out the window pissing all over my couch one more kick me out on the street you got a lot of debt to pay mel he's gonna pay his debt you don't need to worry about those guys no more thanks man can you pick me back to where we were klar oh boy that shook me up man the stress was too much how am i gonna cope out here who knows what i did when i was at the source you'll be okay just chill out yeah you're right just chill out maybe just one drink with calm my nerves that's not what i meant friend that stuff is what got you here in the first place sure sure yeah serenity yeah if he really clean is be smart friend positive that's me here's the role i was gonna give that launch shot maybe i'll give a 10 spot for myself now who knows what i'll need so long wie sorry tschüss ma so kannst du was die kart um radium ein bisschen zu leichter für euch jetzt nicht ganz ja eine besuchung können wir vielleicht noch machen ein oder zwei sache als war mit dem anderen fragezeichen alles klar ich bin auf dem weg dabei sitzen mein taxi so da war noch jemand drin ich würde schon sagen wir schreiten die wiese ja da haben play so money hey man business top nine cool person I mean I am cold mother what are you talking about you want to drink man have a seat when I get the money man he killed that john the baptist cat he did what he had to I don't think you're correct about that man the point is man history history is a long time and you only got one chance and Dwayne man Dwayne it's like he thinks it's 1992 and the best that you can hope for is gold chain and a page you know he looks at me like he wants me dead I took care of business I gave him money but because I won't bow down to him and treat him like he the almighty what the fucker wants to pop me Dwayne is in little trouble he was in prison a long time maybe you guys should talk no I tried talking no I I I tried giving him half of the business I tried everything a man could reasonably try and still call himself a man so what you gonna do? kill him? hey I didn't say that and you called I was joking but what else is there? I mean cats been talking now I hear things said you and me it's too tight now said you disrespected called him mad he's gone crazy I mean he's gone prison does that well you can't kill him nope but you can but I don't want to neither do I man but if he goes insane we all dead anyway I mean Dwayne is a killer I don't like this conversation do you think that I do? but it's kill or be killed out there you got a lunatic after you? man you dumb now I will give you a lot of money you can see me now I ain't scared of no one but if motherfucker says he's gonna kill me the motherfucker's gonna die hmm man I'm not sure I got to think about it well I hope you see some sense I will be in touch yeah yeah and now we have to decide Dwayne or play ball Dwayne move my Dwayne on move my Dwayne on Das ist ein ziemlich schweres Request, Dwayne, Playboy. He's your best friend, and he's always been straight with me, more or less. I'll have to think about it. Ja. Wir müssen uns da nämlich entscheiden. Mal gucken, was wir Playboy nochmal erreichen. Mal gucken. Yo, Munny, don't be tristin' with me. You made a decision. You gotta fix this Dwayne problem, boss, yeah? Hey, it ain't our problem, Playboy. It's yours. That said, I know what I'm going to do. So, wir haben jetzt die Wahl zwischen Dwayne und Playboy. Im Grunde genommen mit Dwayne töten, wie Playboy, er hat schon ein bisschen überzeugende Argumente gebracht. Auch wenn der Dealer quasi ist. Ich glaube, wir hätten schon was verändern können. Andererseits, wenn wir mit Dwayne umbringen, haben wir nix von. Wir kriegen, glaube ich, nur ein bisschen Kohle. Und wenn wir mit Playboy X umbringen, gehen wir mit Dwayne als Kumpel. Und ein bisschen Geld, glaube ich, auch. Playboy X. Haus, Wohnung. Und deswegen ist auch hier ein gelber Parkstelle. Nehmen wir uns jetzt Playboy. Hehl. Ey! Playboy X. Yo, Whitey's back. Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? Ah, I thought the old dog would've put up more of a fight. I didn't kill Dwayne. Wurzeln stet Wurzeln Stinken Wien 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 Wurzeln 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 Ja Ist schon richtig PlayboyFilm POL 이 이 이 이 이 이 so einfach folgen wir jetzt darüber in den kurzen weh und anderen weg besser gesagt und hier runter zu vereinen ok Na ja, werden wir ja sehen, ne? Ich sehe uns in der Hölle. 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 Ich sehe uns in der Hölle.